Sie singen zunächst ein multarisches Volkslied, und danach ebenfalls ein englisches und danach ebenfalls ein englisches Untertitelung. BR 2018 Applaus Applaus Manche Menschen zerbrechen sich den Kopf, um eine Liste zu schreiben. Und wieder andere suchen dazu, eine Melodie zu erringen. Eugen Roth nennt sie Arbeiter der Stirn. Ein Mensch ist kummervoll und stirbt vor einem weißen Blatt Papier. Jedoch verhebeln ist das Sitzen. Auch der Mund des Bleistiftspitzen schärft statt des Geistes nur den Gift. Selbst der Zigarre ist das Gift. Kaffee, gar Kannen vollgestürft, den Geist nicht aus den Tiefen schürft. Darin wäre gemein verkocht, höchst unzugeheblich einsam. Den Menschen kann es nicht gelingen, ihn auf das Leere Platz zu bringen. Der Mensch denkt, dass es nichts nützt, wenn er den Geist an sich besitzt. Weil Geist uns ja das Freude macht, sobald er zu Papier und Überhör gebracht. Es gibt kein schöneres Leben und der Weg, da auf dem Dürmlein saß, beide in einer Bearbeitung von unserem unvergänglichen Günther Mittagallweger. Der Mensch denkt, dass es nichts nützt, wenn er den Geist an sich besitzt. Der Mensch denkt, dass es nichts nützt, wenn er den Geist an sich besitzt. Weil Geist uns ja das Freude macht, sobald er den Geist an sich besitzt. Aber wenn er den Geist an sich besitzt, wenn er den Geist an sich besitzt, er für den Geist an sich besitzt, wenn er den Geist an sich besitzt. Der Tag hat sich gezeiget, gezeiget. Schon spieltes Jung, schon spieltes Jung, wo altest du, wo das siehst du. Der Weg der Wirbel, wo ich gebacht, der Passer in der Welt zu Welt begacht. Die Nacht schreist sich von Leben, von Leben. Die Sängerin und Sänger aus Welt bringen in der Luft zwei Lieder. Als erstes Amazing Grace und danach die Erfahrung, ein Lied, ein slavisches, geistiges Lied. Und mit diesem wollen Sie sich bei heute in den Abschiemen. Amazing Grace, how sweet they sound. Was blind, but now I see you. Small grace that taught my heart to hear. And praise my fear. Release it, how precious things that grace have been. Release it, how precious things that grace have been. Be них. Believe it, how precious things that grace have been. Believe it, how precious things that grace have been. Be for thy faith have been. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schöne Töne 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 Schöne Töne 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 Schöne Töne 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 Schöne Töne 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 T